Die Hauptkritikpunkte beim derzeitigen Zustand, wir glauben, eine Chance wird vergeben. Hier wurde jetzt alles abgriffen, die Markthalle bleibt bestehen. Wie man sieht, ist das ein massiver Riegel und schottet den dritten Bezirk total von Wien Mitte ab. Dieser Bauteil, der hier noch immer steht, gehört weg, um den Zugang in den dritten Bezirk zu verbessern. Und zweites große Thema, Zugangssituation zu den U-Bahn-Linien, die Schnellbahnen gehört deutlich verbessert. Momentan unzunutbar gehört während der Bauzeit verbessert, aber gehört auch nachher, wenn das Projekt realisiert ist, deutlich großzügiger. Da werden einige verkehrte Verkaufsflächen weggehören, um mehr Platz für die Flussgängerinnen zu bieten. Dritter Punkt, wir wollen die Dachflächen auf dem zukünftigen Projekt nutzen. Wie man sieht, zentrale Lage, man hält einen wunderschönen Blick in die Innenstadt. Wir wollen dort Gastronomie, Cafés am Dach mit Blick in die Stadt.